Was ist das Land für die Genossenschaften? Wir sind ein Land, wo die Genossenschaften große Tradition haben, wenn ich denke, dass schon weit über vor 100 Jahren die ersten Genossenschaften vor allem im Landwirtschaftsbereich und auch im Kreditwesen schon hier gegründet wurden und somit wirklich der Textur unseres ländlichen Raumes einfach dazugehören. Mittlerweile gibt es viele andere Genossenschaftsformen, die sozialen, die Arbeitsgenossenschaften und vieles mehr, wo eben moderne Modelle oder Bedürfnisse der modernen Welt jetzt wirklich hervorkommen. Ich denke an Dienstleistungsgenossenschaften und vieles mehr. Deshalb ist die Genossenschaftswelt ein sehr wichtiger Teil unserer Bevölkerung und der Gesellschaftsstruktur in Südtirol. Ich finde es sehr gut, wenn auf Verbandssebene Zusammenschlüsse stattfinden, denn es gibt Stärke, man kann mit einem Sprachrohr nach außen dringen, man ist einfach stärker zu mehreren als zu weniger. Und ich denke, vielleicht ist das nur ein Schritt und insgesamt, wenn es noch weitere Zusammenschlüsse gibt, ist es sicher noch stärker, vor allem für so ein kleines Territorium wie Südtirol. Das war die